Ich habe es tatsächlich getan und 500 Euro für Skincare ausgegeben und I can't. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, ihr süßen Mäuse. Ich bin's wieder, eure kleine Drogerie-Maus, die wirklich, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, ne? Aber ich dachte mir, ich frage euch mal bei Instagram und viele von euch hatten sich gewünscht, dass ich die Produkte teste oder dass ich da so eine First Impression zu abgebe. Ich habe fast die komplette Reihe Skin SKKN bei Kim, die neue Hautpflegeserie von Kim Kardashian gekauft und die werden wir heute gemeinsam so ein bisschen testen. Ich zeige euch die Produkte, wir reden so ein bisschen darüber, weil ich habe ein paar Meinungen und ich bin gespannt auf eure Meinung. Dieses Video ist selbstverständlich nicht in Zusammenarbeit mit Skin by Kim und ganz, ganz wichtig, dieses Video ist auch keine Review zu den Produkten, sondern wirklich nur ein First Impression. Wir reden so ein bisschen über meine Gedanken zu den Produkten und ich zeige es euch auch in der Anwendung, dass ihr euch auch so ein bisschen davon ein Bild machen könnt. Weil ich glaube, dass es für viele schon interessant ist, alleine weil das Packaging sehr schön ist. Aber ganz, ganz wichtig, ich bin A kein Skincare-Experte, ich kann also nichts zu den Inhaltsstoffen sagen. Ich kann euch nur Swatches zeigen, ich kann euch nur die Produkte so an sich zeigen, um euch so einen ersten Eindruck mitzukriegen. Weil ich glaube, das ist schon ein Erlebnis. Braucht man es definitiv? Nein, aber wir werden es einfach testen. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust, mit mir gemeinsam die, ich glaube, teuerste Skincare-Marke, die ich jemals gehabt habe, zu testen. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Üblicherweise geht es hier um Drogerie-Make-up und Drogerie-Skincare. Aber manchmal gibt es Produkte, die mich persönlich auch selber sehr, sehr stark interessieren. Unter anderem diese Skincare-Reihe jetzt. Ich bin großer Kardashians-Fan, man kann von denen halten, was man möchte. Ich habe aber eine voreingenommene Haltung gegenüber der Skincare von denen auf Grundlage von Kylie Skin. Vielleicht erinnert ihr euch, falls nicht, ich verlinke euch das Video einmal hier oben in der Ecke. Ich hatte Kylie Skin mal vor zwei Jahren, ungefähr als es nach Deutschland kam, getestet. Ich habe es gehasst. Ich habe es wirklich, wirklich gehasst. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich die Kylie Cosmetics Produkte nicht so gern mag. Die KKW Beauty, also die Make-up-Marke von Kim, mochte ich eigentlich sehr gerne. Und ich glaube auch, dass es wirklich komplett unterschiedliche Produktreihen sind. Nur weil sie Schwestern sind, heißt das nicht, dass es dasselbe Produkt ist. Und ich zeige euch ganz kurz einmal das Packaging. Die Produkte kommen in so Papierpackungen, die oben einmal zugemacht sind. Sieht so erstmal gar nicht so spannend aus, finde ich. Es hat aber irgendwie was. Ich liebe das Packaging der Produkte. Das war auch eigentlich der einzige Grund, warum ich es gekauft habe, so wirklich. Es ist alles sehr, sehr sleek. Alles sehr Kim Kardashian-Beauty-mäßig. Ich habe alles in diesen erdigen, steinigen Tönen. Sieht alles so ein bisschen aus wie Rohrbeton. Optisch sehr, sehr schön. Ich habe aber eine ganz kleine Meinung dazu. Und zwar habe ich mir dieses The Essentials Bundle gekauft. Es gab auch einmal die komplette Kollektion. Die hat 670 Euro gekostet. Die habe ich nicht gekauft. Ich habe das Essentials Bundle für 355 Euro gekauft. Und habe mir dann noch das Peeling mit dazu gepackt. Was mich ehrlich gesagt so ein bisschen stört. Also klar, in den Bundles ist es oft immer ein bisschen günstiger. Aber ich will euch ganz kurz mal die Preise vorlesen. Das komplette Bundle kostet, wenn ihr alle Produkte einzeln kauft, 785 Euro. Und zusammen im Set 670 Euro. Das ist eine Differenz von 100 Euro. Wo ich mir so gedacht habe, okay, ja, ich verstehe es. Im Set ist es günstiger. Aber der Einkaufspreis ist ja für Kim immer gleich. Du zahlst, weiß nicht, sie zahlt vielleicht zum Einkaufspreis 20 Euro. Und der Rest ist halt Marge. Wenn du aber schon so eine Marge hast von über 100 Euro in diesem Set. Warum machst du dann die Preise nicht günstiger ein bisschen? Der Reiniger kostet 50 Euro. Der Toner kostet 53 Euro. Das Peeling 64. Die Face Cream, 99 Euro. Die Augencreme, 88 Euro. What is this? Da muss ich sagen, da war ich ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht. Ich weiß, Celebrity Makeup ist eh immer so ein bisschen teurer. Und man zahlt natürlich auch so ein bisschen für den Namen oder für die Person. Aber 100 Euro für eine Creme, egal wie gut sie ist, habe ich nicht so viel Verständnis für. Aber ich will euch einfach die Produkte einmal zeigen. Weil ich glaube, nicht jeder wird sich diese komplette Skincare-Reihe kaufen. Aber vielleicht interessiert ja jemanden das eine Produkt oder das andere Produkt. Und so habt ihr dann schon mal so einen kleinen Überblick. Wir starten als erstes einfach mal mit dem Cleanser. Kommt in einer sehr, sehr großen Verpackung. Sind 125 Milliliter mit drin. Und die Produkte sind refillbar. Also du hast einmal diese hohle Verpackung. Die kannst du dann behalten. Und du kannst dir auch die Refills einzeln kaufen. Wenn du ein bisschen Geld sparen willst, dann nimmst du diese einzelnen Verpackungen. Ich nehme jetzt mal ein bisschen. 1, 2, 3, 4. Hat eine recht weiche Konsistenz. Vom Feeling her wie das von Fenty Beauty. Es riecht jetzt auch nicht. Okay, ich mache mal mein Gesicht ein bisschen aus. Ich habe hier ein bisschen Wasser. Und es riecht tatsächlich nicht. Es riecht sehr natürlich. Es hat keine Duftstoffe mit drin. Wobei ich sagen muss, mich persönlich stören Duftstoffe nicht. Ich weiß, dass es viele von euch sehr stört. Ich schäume es mal so ein bisschen auf. Okay, also so richtig aufschäumt tut es nicht. Es fühlt sich aber sehr weich an. Also es ist so ein bisschen eine Mischung aus einem Reinigungsöl und einem Reinigungsgel. Ja, also so richtig aufschäumt tut es nicht. Ich mag es gerne, wenn etwas aufschäumt. Aber es fühlt sich erstmal gut an. Und First Impression sehr weich. Ich habe mein Microfiber Multitool und mache jetzt erstmal mein Gesicht sauber. Wie so eine kleine Spa-Behandlung hier heute. Vielleicht lege ich entspannende Musik hier mit rein. Okay. Also First Impression. Es fühlt sich sehr gut an. Ich gebe euch hier nochmal ein Update, wie es sich nach dem Schminken angefühlt hat. Ob es das Make-up wirklich gut wegbekommen hat. Das kann ich euch jetzt natürlich nicht sagen. Aber First Impression. Gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ich habe halt immer so ein bisschen Angst bei diesen Videos, wo es halt wirklich einfach absurd teuer ist, dass man sich vielleicht von mir erhofft, dass ich die Produkte bewusst schlecht mache oder besonders gut mache. Aber ich glaube, dafür kennt ihr mich mittlerweile echt gut genug. Ich verdiene nichts von... Ich kriege kein Geld von Kim Kardashian dafür, dass ich die Produkte zeige. Ich habe es ja mit meinem eigenen Geld gekauft. Und ich habe davon nichts, wenn ich etwas besonders gut oder besonders schlecht rede. Das ist einfach eine recht neutrale Meinung. Die Haut fühlt sich tatsächlich sehr, sehr gut an. Also nicht so gespannt, nicht so ausgetrocknet. Hier bin ich ein bisschen vorsichtig. Das ist der Exfoliator. Ein Soft Resurfacing. Also ein weicher... Ein weiches Peeling. Normalerweise mache ich keine mechanischen Peelings. Also Peelings mit Peeling-Körnern im Gesicht. Am Körper ist es was anderes. Das hat einen Duft. Riecht ein bisschen floral. Und gar nicht schlecht. Ich habe gehört, ich habe mir ein paar Videos von ihr und der... Sie hat das entwickelt mit einer sehr bekannten Dermatologin. Und sie meinte, dass hier die Peeling-Körner rund sind. Dass sie nicht scharfkantig sind. So wie bei Kylie. Die hat ja diesen Walnuss-Scrup gehabt. Dieses Walnuss-Peeling mit super, super scharfkantigen Peeling-Körnern. Und das ist natürlich immer super, super gefährlich für die Haut. Und du machst dir dann so Mikroschnitte. Deswegen bin ich nicht so ein großer Fan von mechanischen Peelings, sondern eher chemisch. Ich nehme jetzt nur mal eine kleine Menge. Sie hat auch gesagt, dass man das mit dem Reinigungsgel zusammenwischen kann, um es ein bisschen weicher zu machen. Ach, warte mal. Okay, also es ist schon sehr, sehr viel Peeling drin tatsächlich. Der Geruch ist aber sehr schön. Ich gehe damit gleich so ein bisschen über die Lippen. Er ist nicht so intensiv, sodass du denkst, es ist ein bisschen viel. Sondern er ist sehr, sehr zart. Ein bisschen floral, ein bisschen pudrig. Fühlt sich auf der Haut. Wie gesagt, ich bin kein Fan von mechanischen Peelings. Das hatte ich irgendwie nicht so auf dem Schirm. Ich mache mir das Ganze mal an. Meine Haut wird natürlich bei Kontakt immer sehr schnell rot. Okay, ich lasse es mal kurz so ein bisschen. Ja, also ihr seht schon, hier ist es ein bisschen gerötet. Jetzt vom Massieren natürlich. Aber es war jetzt nicht so. Vielleicht kennt ihr die Produkte von Kylie, dieses Walnuss Peeling. Das hat dir wirklich die ganze Haut weggerissen. Ich glaube, wenn du dir dieses Peeling mit dem Reinigungsgel so ein bisschen mischt, dann wird es weicher und nicht so intensiv. Die Haut fühlt sich, und das muss ich aber sagen, fühlt sich nicht gestrippt an. Wie heißt denn das? Wenn du denkst, dass sie sauber ist, aber sie sich eigentlich so richtig spannend und trocken anfühlt. Sie fühlt sich sehr, 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 sehr gut an. Ein Produkt habe ich tatsächlich schon probiert und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist ein Toner mit AHA. Also Alpha Hydroxy Acid. Also das ist auch ein Peeling. Da wäre ich immer so ein bisschen vorsichtig mit, das jeden Tag zu benutzen. Mein Gesicht ist das aber gewohnt. Also viel Säure zu benutzen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen hier auf meine Hand. Auch hier sind übrigens 180 Milliliter mit drin. Das ist eine Menge für so einen Toner. Das ist nicht parfümiert. Nehmt bitte immer Lichtschutzfaktor. Also generell, ich sage es euch ja immer, aber bei AHA, BHA, Retinol immer Lichtschutzfaktor. Es bitzelt ein bisschen im Gesicht, merke ich. Aber wahrscheinlich, weil ich jetzt die Kombination aus dem Körnigen Peeling und dem chemischen Peeling jetzt gemacht habe, würde ich wahrscheinlich eher einzeln nehmen. Ich glaube mit dem starken Peeling, also mit dem Körnigen Peeling, vielleicht nur um die Nase. First Impression, vielleicht habt ihr ja schon mal eine Meinung dazu. Dann schreibt sie mir unbedingt in die Kommentare. Mir macht das ja Spaß mit euch so ein bisschen, einfach so ein bisschen auszuprobieren. Es sieht äußerst dekorativ aus. Es fühlt sich sehr schwer an. Und da muss ich sagen, ich habe schon das Gefühl, dass Kim im Vergleich zu Kylie mehr Wert auf Hochwertigkeit liegt. Ich habe bei Kylie so ein bisschen das Problem gehabt, dass das Ganze immer billiger wurde. Auch so vom Feeling her und von der Formulierung her. Kim hat ja alles zugemacht, um es dann jetzt neu aufzubauen unter einem anderen Namen. Es fühlt sich sehr, sehr gut an. So ein bisschen sticky ist die Haut jetzt geworden, aber sie sieht schon mal sehr, sehr sauber aus. Was haben wir noch? Wir haben noch ein Serum. Auch das habe ich schon benutzt. Und da muss ich sagen, da war ich echt ein bisschen überrascht. Das ist das Hyaluronsäure-Serum. Hier sind 30 Milliliter drin. Ein Pumpspender reicht. Da kommt auch viel raus. Ich glaube, es hat auch einen leichten Duft. Aber ich bin ja sehr, sehr empfindlich, was Hyaluronsäure-Serum angeht in meinem Gesicht. Zum Beispiel das hier von Isana ist vom Feeling her oder von Inhaltsstoffen her eigentlich ganz gut. Ich mag das Feeling danach aber nicht. Das hier zieht extrem schnell weg. Es riecht, es ist beduftet. Aber die Haut kriegt sofort so einen leichten Glow auf die Haut. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich hole euch mal ein Stückchen näher. Das ist auch mal was ganz anderes, dass ich hier so komplett ungeschminkt die ganze Zeit bin. Also ihr seht das, die Stirn ist sehr glatt. Ich habe ein paar Unreinheiten aktuell, aber es geht. Ja, was sagen wir? Boah, na ey, 500 Euro. Wir haben eine Creme und da finde ich das Packaging fantastisch. Das ist das Firming Face Cream Moisturizer. Ein straffender Creme, die in so einem auch refillbar ist. Sieht ein bisschen aus wie ein Pokeball, finde ich. Da rieche ich jetzt nichts. Sie fühlt sich sehr, sehr reichhaltig an. Ihr seht das. Sie ist sehr reichhaltig vom Feeling her. Fühlt sich ein bisschen wie die La Mer Creme. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Creme de La Mer. Auch diese 600.000 Milliarden Euro Creme. Oh ja, die gefällt mir tatsächlich bis jetzt am besten vom Feeling her. Die zieht auch recht schnell weg, aber sie hinterlässt ein sehr, sehr reichhaltiges Gefühl auf der Haut. Wisst ihr, was ich meine? Man sieht das, glaube ich, auch. Ja, okay. Okay, also muss ich sagen, die gefällt mir, glaube ich, bis jetzt am besten. Das Peeling mochte ich nicht. Creme und Hyaluronsäure ist okay. Ist es das Geld wert? Wahrscheinlich inhaltstoffmäßig nicht. Ich hatte euch bei Instagram so ein bisschen gefragt, was eure Meinung dazu ist. Und da will ich euch mal ein paar Antworten vorlesen. Fand ich nämlich ganz spannend. Wieder so ein Kardashian-Ding. Zu teuer ist es. Lieber Pflege aus der Drogerie. Zu teuer nichts Besonderes. Überteuert, Basic nichts Besonderes und überzogene Preise. Weiß gar nicht, was das ist. Habe nichts davon mitbekommen. Trash braucht kein Mensch. Völlig überteuert. Also, ja, absolut. Ich gebe euch zu 1000 Milliarden Prozent recht, dass diese Skincare-Reihe überteuert ist. Mittlerweile, ich weiß nicht, wenn ich Skincare-Experten hier habe, helft mir ein bisschen auf die Sprünge. Ich glaube, das sind ja alles bestehende Inhaltsstoffe. Das ist ja nichts Neuentwickeltes. Die kriegst du ja verhältnismäßig günstig. Und in den Mengen, die du als Kim Kardashian produzierst, kostet der Einkaufspreis nicht so viel, dass du eine Creme für 100 Euro verkaufen musst. Das ist... Es gibt halt... Wir machen gleich weiter. Es gibt mir halt so ein Gefühl von... Abzocke nicht. Nicht abzocke, nein, doch ein bisschen vielleicht. Weil du hast die Möglichkeit für deine Fans. Und die meisten, die das kaufen, werden Fans von Kim Kardashian sein. Sie ist ja keine Dermatologin oder so, wo man sagt, der vertraue ich. Sie verkauft das ja nur, weil sie eine schöne Frau ist. Du hättest eine Skincare-Reihe machen können, die trotzdem noch im High-End-Bereich ist. 50 Euro für eine Creme ist viel, viel Geld. Und du hättest es mehr Leuten zugänglich gemacht. Und du hättest immer noch dieses Exklusive. Aber 100 Euro gibt einfach dieses Gefühl von... Ich habe völlig den Bezug zur Realität verloren, was den Preis angeht. Weil ich habe die Sachen gekauft von dem Geld, was ich mit den letzten Videos verdient habe. Das ist ja nicht mein Geld, mein persönliches Geld. Das darf man nicht vergessen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir da einmal offen drüber reden. Das Geld, was ich für die Produkte ausgebe, das ist nicht mein Geld. Das zahlt indirekt die Firma. Klar, indirekt ich, aber das ist Firmengeld. Ich verdiene Geld mit dem Video, ich gebe Geld für das Video aus. Das ist ein Kreislauf, ein wirtschaftlicher Kreislauf. Der Endverbraucher oder die Endverbraucherin geht arbeiten und kauft sich dann diese Creme dafür. Und kriegt das Geld nicht wieder durch ein Video. Das ist mir ganz wichtig, dass wir da offen drüber reden und dass mir das bewusst ist. Deswegen ich auch wirklich probiere, euch die Pros und Cons zu geben. Der einzige Pro, den ich jetzt hier sehen kann, ist das Gefühl auf der Haut und das Erlebnis. Wir dürfen nicht vergessen, im High-End-Bereich kaufen wir immer eher ein Erlebnis als die Inhaltsstoffe. Unbedingt würde ich jetzt mal behaupten. Aber 100 Euro oder 780 Euro für eine Pflegeserie, also erklär es mir. Erkläre es mir. Wir haben noch ein Produkt und das habe ich noch nicht benutzt. Das ist die Oil Drops Vitamin C Glow. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hätte vielleicht vor der Creme nehmen müssen, wobei es so ein bisschen ölig ist. Auch das ist nicht parfümiert, ist eine sehr flüssige Konsistenz. Und das presse ich jetzt einfach in mein Gesicht. Und ja, es ist ein Öl. Es ist auch kein trockenes Öl, ne? Also es ist schon wirklich ein sehr rutschiges Öl. Ich nehme jetzt den Giacomo Gua Sha und massiere so ein bisschen mein Gesicht damit. Schön kühlend. Ja, auch das bitzelt jetzt ein bisschen im Gesicht. All right. Ihr seht es, meine Haut ist sehr, sehr glowy. Das ist natürlich jetzt auch das Öl. Haben wir so ein kleines Fazit dazu. Ich glaube, das habt ihr jetzt im Verlauf des Videos schon so ein bisschen mitbekommen. Der Preis ist absolut nicht gerechtfertigt. Egal, was da drin ist. 780 Euro. Es ist eine Unverschämtheit. Preislich eine Unverschämtheit. Ist die Experience da? Definitiv. Ist das Packaging wunderschön? Definitiv. Sind die Inhaltsstoffe? Schreibe ich euch vielleicht noch ein bisschen was in die Infobox dazu, wenn ich ein bisschen darüber recherchiert habe. Schreibe ich euch in die Infobox, wie die Inhaltsstoffe sind, wie so die Erfahrungen von Leuten sind, die davon Ahnung haben. Ich verlinke euch auch ein paar Videos dazu. Ich würde euch das niemals empfehlen. Würde ich niemals machen, weil ich das einfach nicht mit mir vereinbaren kann, diesen Preis. Hatte ich eine Experience? Ja, habe ich Zoll gezahlt. Bis jetzt nicht. Es war auch extrem schnell. Das hat zwei Tage gedauert. Sieht meine Haut schön glowy aus. Jetzt nach dem ersten, zweiten Mal benutzen. Auch definitiv. Ich werde die Sachen natürlich weiter benutzen. Einfach, weil es zu schade wäre, das verkommen zu lassen. Deswegen, schreibt mir gerne mal ausführlich eure Meinung in die Kommentare. Ich hoffe, dass ich nicht der Buhmann werde, weil ich euch die Sachen gezeigt habe. Aber es ist mein Job, euch Produkte zu zeigen und meine Meinung dazu so ein bisschen mitzugeben. Würde ich euch sagen, kauft die Produkte. Das ist das Beste, was es jemals gab. Das kann ich nach dem ersten, zweiten Mal natürlich definitiv nicht sagen. Aber die Experience war da. 780 Euro Experience. Das ist eine Woche Malediven so ungefähr. Freunde, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen, eure Meinung zu Kim oder Kylie Produkten in die Kommentare. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns bei Instagram mit einem kleinen Update zu den Produkten in ein, zwei Wochen Video. Also kommt gerne mal zu Instagram rüber. Bis zum nächsten Mal.